Jo moin Leute, euer Tidown wieder am Start mit einem Gameplay auf der Map Slums. Als erstes muss ich euch sagen, das ist Hardcore, Abschluss bestätigt. Die Waffe Skorpion ist in meiner Hand mit Vordergriffe und Verlängerten auf. Ja, zwischendurch werde ich dann meine Waffe wechseln. Dann werde ich euch natürlich sagen, welche das ist. Jo, Granate, die neuen Handgranate und als Nebengranaten die Blindgranate. Ja, als zweiter wird die 5-7. In dem Gameplay habe ich mit einem kleinen Kollegen gespielt, der namens Caesar und einem anderen Kumpel, den ich in dem Game kennengelernt habe. Der heißt D-Sec and Washer. Ja, in dem Gameplay werde ich auch campig dann auch etwas, weil ich meine Vorräte öfters bekommen müsste für dieses Emblem, was ihr wahrscheinlich kennt, wo dann halt die Vorräte gekennzeichnet sind. Das Gameplay fand ich persönlich sehr gut, deswegen ist es eigentlich eines meiner besten. Denn Caesar hat mitgespielt in dem Gameplay. Er und ich werden als Hacker bezeichnet und er wird auch gemeldet. So, er und ich werden gemeldet. Das krasse ist, ich bin zwar etwas besser als er in dem Gameplay, aber er wird irgendwie gebannt. Und es bekommt der, der uns meldet, so einen Bunlink. Das hat er dann im nächsten Game auch reingestellt, also hier reingefuckt. Und ich bekomme keinen Bunlink. Und das krasse ist, dass... Ja, dieser Dark Kingdom ist der, der meint, wir hacken. So, das krasse ist, dass Caesar dann aber trotzdem weiter gespielt hat. So, da habe ich auch die Klasse schon gewechselt. Auf die Typ 25 mit Zielsuche und Vordergriff. Die Zweitwaffe ist die 5-7. Als Granaten habe ich mit die normale Handgranate. Ähm, keine Zweitgranaten. Ach ne, die Zweitwaffe ist die 5... äh, die Cup 40. Entschuldigung. Habe ich schon getan. Die Perks sind... Leichtgewicht. Dann... auch... Leichtgewicht. Das Zweitwaffe ich nicht genau. Und dann die dritten Perks, weil ich Wildcard extra Gear 3 mit habe, sind Gewandtheit und Techniker. Weil ich, ähm, jetzt, äh, meine Vorräte öfters würfeln wollte, da ich öfters mal was Schlechtes bekommen habe. Deswegen... Ja. Hier ist die Szene mit dem Campen, was ich gesagt hatte, wegen den Vorräten. Die muss... muss ich... muss man halt öfters kriegen. Und nebenbei habe ich halt auch Blutwürdig gemacht. Meine Punkteserien sind Drohne, Hunter Killer Drohne und Vorräte. Weil ich halt noch... mein Prestige aktiviert habe. Prestige 6 und deswegen noch nicht so viel habe. Ja, da hat Cesar auch schon ein Loadster über Vorräte bekommen. Und ja, der Bratz da schon erstmal alle Säcke mit seinem Loadster. Das krasse war, dass Cesar sein Loadster ganz schön schnell runtergeholt wurde. Und ja, die gehört zur Drohne ab. Und hier habe ich über die Vorräte die Escort Drohne bekommen. Und habe ich natürlich auch komplett aktiviert. Die geben natürlich zur Vorräte ab. Hier, den habe ich auf der Web gesehen gehabt. Weil ich mir das also nicht gesehen habe. Mir war irgendwie klar, dass da irgendeiner warten wird. Weil Cesar ja mit dem Loadster schön alles weggeräumt hat. Und da habe ich... als ich mir die zweiten Vorräte geholt habe, ist da die zweite Escort Drohne drin. Und das ist natürlich hoch... hoch... ja... interessant und lustig. Hier wollen sie meinen Escort Drohne runterholen, schalten sie nicht. Da komme ich gnadenlos. Die... ich wollte natürlich die zweite Escort Drohne sofort mitschicken, aber das ging nicht. Also habe ich sie geholt, als meine erste weg war. Die ist dann gleich gekommen. Hat auch sofort wieder einen Abschluss gemacht. Ich habe meine Vorräte geholt. Und der ist von der Hunter Killer Drohne eigentlich nicht schlecht. Die Hunter Killer Drohne habe ich halt drinnen, weil die sich begegnen sucht und öfters auch den dann entkillt. Aber es muss halt nicht immer sein, dass sie entkillt. Weil es gibt doch öfters die Probleme, die man dann hat, dass sie einen analysiert. Fliegt genau drauf. Aber dann geht der Typ halt in ein Haus rein und die fliegt gegen die Decke oder so. Ja, ich habe jetzt bei Abschluss bestätigt. Ausnahmsweise erstmal nicht so auf die Marken ausgegangen, weil eigentlich wohl ich bin auch einmal an Marken, die ich kille. Ich habe ja 13 Stück oder so im ganzen Game geholt. Das war halt deshalb, weil ich diesmal auf Kills auch mal aus sein wollte. Weil ich sonst immer nur die ganzen Marken hole und mich auch etwas dadurch killen lasse. Und hier habe ich halt taktisch gespielt. Hier durch die Drohne sehe ich, dass Feinde kommen müssten. Deshalb bin ich nochmal in dem Haus geblieben kurz. Aber dann wird es mir zu langweilig und ich bin los. Habe ich wieder Vorräte. Also ich habe natürlich immer wieder gehofft, Loadstar oder Escort-Drohnen zu bekommen, weil vorhitzen ja richtig gut. Aber ja, kam halt nicht öfters. Wir haben jetzt AKHZ. Also unser Clan AKHZ. Ja, ja, wir hießen ja GVZ und haben uns umgenannt AKHZ. Und wir haben jetzt eine eigene Homepage. Ja, da muss ich von dem Team immer gucken. Und bei der Homepage könnt ihr euch halt, könnt ihr mich anschreiben. Und ich gebe euch halt den Link und ihr könnt dann mit unserem Teamchef etwas ausmachen. Oder auch der Liebe. Ähm, unser Clan ist auf YouTube vertreten mit dem Namen AKHZ-Clan. Großes A, kleines K, großes A, kleines Z. Und da hat auch einer unserer Glieder, unser Gründer schon, ja, ein Video von sich auch geladen, was ich eigentlich richtig gut finde. Das habe ich jetzt nicht verstanden, warum ich den Kill nicht bekommen habe. Dann hat ein anderer sich geirrt. Ähm, ich wollte fragen, wie ihr die Typ findet. Ah, ja, damit dass sich dann keiner mehr aufregen, weil ich in den letzten, naja, nicht aufregen, aber in den letzten Gameplay habe ich auch mit dem Typ gespielt. Und da wurde halt gemeint, dass die auf Deutsch nicht trotzdem so ausgesprochen wird, wie auf Englisch, also Type 25. Deswegen, ja, sag ich das euch, ja. Ich wollte auch fragen, könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das meint. Ob die Type 25, äh, Type 25 heißt. Oder Typ 25, weil, ja, ist zwar ein englisches Spiel und ein englischer Name, aber wenn man es ins Deutsche überträgt. Also, ich bin der Meinung, dass die Type heißt, äh, Typ heißt. Also, ich bin der Meinung, die heißt Typ 25, nicht Type 25. Aber, da gibt es halt viele, ja, Diskussionen. Cesar hat mir da die Vorräte gewürfelt, weil ich vergessen hatte, wie das geht. Herzlichen Glückwunsch und lecker. Und da hat er mir von Drohne auf Orbital gekauft. Das ist von Julius. Perfekt. Weil, durch den Orbi sieht man ja alles perfekt. Und wie ihr wisst, kann man den Orbi in den Schritten holen. So, da haben wir auch schon nächstes. Ja, was gibt's noch so interessantes zu sagen? Wir suchen halt bei AKZ gerne Gegner, aber natürlich keine hacken. Also, normale Zockgegner. Wir haben auch schon Towers gehabt gegen einen Clan. Da haben die gehackt. Da hat das Spiel auch zugegeben, dass die hacken. Und ja, deswegen haben wir den dann durch ESR-EU gewonnen. Ja. Ja. Da sieht man dann auch ein 100 zu 72. Und meine Quote ist 51 zu 7. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer The Down. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020